ja und willkommen mein name ist an ihrer lp und ich begrüße mich zurück zu let's play star wars der iphone oder macht mein licht an das kann ich gar nicht ja ich habe ja nicht wieder vergessen ja wir sind ja hier auf elum und wir müssen uns immer noch nicht gucken wie wir unser lichtschwert hier reparieren und so und ja oder ich habe nicht gerade vergessen und ja kleine änderungen als in den letzten parts von allen auf meinem kanal ich habe ein neues mikro und ja ich glaube bei pokémon habe ich ein bisschen öfter erwähnt aber ich habe in letzter zeit viele probleme mit meinem mikro und ja irgendwann hat es ein bisschen den geist aufgegeben und da habe ich mir gedacht kommen holst du jetzt mal neues das alte hast du jetzt schon seit wahrscheinlich vier jahren oder so hat mich so durch die meiste zeit auf von meiner let's play karriere irgendwie begleitet habe ich doch damals in silja glaube ich zum ersten mal mittendrin irgendwann gehabt wie lange ist da keine ahnung ich glaube schon so 45 jahre und ja muss man irgendwann neues her ich hoffe ich klinge halbwegs gut da würde ich gern etwas feedback von haben ich mein ist in ordnung ich muss noch mit der lautstärke und wie nahe ich an dem ding heran muss und so muss ich noch alles ein bisschen testen also ja wenn ich etwas zu laut war zu leise bin dann bist du bescheid ne und ja ich sag wir gehen jetzt einfach mal weiter wir müssen jetzt hier ein eine ahnung wir sind auf elom jede tempel das gucken wir hier hinkommen oder das wasser aber kann er tauchen nee jetzt hat jeder planet ist nicht so groß weil die zeit ganz schön kurz war als hier als spiel gestartet habe als ich normalerweise aber wenn ich so als spiel lade dann dauert es nur so ungefähr eine minute also bis das spiel anfängt und ja hier hat es irgendwie nur so zehn sekunden oder so gedauert also daran tue ich mal so einfach feststellen hat dieser planet jetzt nicht so riesig ist und ja also ich habe sowas gefühlt auf ein bisschen mehr so weiter nicht ist doch eben muss kurz zum hals kommen oder so und wir haben alle bds gilt es merke ich gerade ok man fehlt mir jetzt eigentlich noch zwei ponchos ein outfit da war es zwei ponchos ein ob das heißt drei kisten fehlen mir noch ich würde mich auf den ich glaube alle kisten sind noch hier eine mehr wir haben selbst von datum er noch nicht komplett erkundet und ja da runter gescheucht mehr oder weniger neben diese eine rolle ja alle retten bis auf uns geld dafür müssen wir übrigens noch mal zurück also ja brauche ich mich schon drauf so ich habe hier eine scuhe und da geht es weiter was jetzt noch die dinger gibt es auch noch jeder fahrt ist anders jüngling hüte dich vor deiner wut sei nicht wütend ok er ist nicht geguckt wie viel prozent auf dem planeten allgemein ab so 34 ok ist doch noch ganz schön groß hier aus den resten unter wasser drängt hitze aber hier oben ist es heiß kalt ich führe ihn er ruft mich es ist nicht weit die können ihren körperkristall nicht mehr er fällt dich ja so ähnlich wie du wir warten noch mal mit dem kristall hat sich da auch irgendwie geändert nachdem disney hier übergenommen habe ich mir jetzt hier schon wieder was verpasst boah wie geht denn da schon wieder aha wieder zurück hier hoch oder so problem ist ich kann die kart von hier aus nicht aufrufen um mich irgendwie so durch navigieren darf ich jetzt durch danke da hat sich neu aus oder nee hier war ich doch gar nicht oder sondern rechts muss ich noch rechts lang da ist nach vorne an irgendwie wird wir machen natürlich alles hier noch hier ist nichts ich hoffe hier ist nichts stimmt hier in diesem tempel habe ich wahrscheinlich wieder irgendeinen rätsel oder verpasst ne wie so schmelzt das teilen was weiß ich habe ich gesagt ich war noch mit gestern hat es da auch irgendwie geändert glaube ich also seit nice of the old republic konnte man die sich irgendwie wir haben es glaube ich automatisch verfärbt oder so ist das jetzt wenn ich mich nicht irre und früher muss es halt ein kristall finden mit der farbe glaube ich es war den nights of the old republic jedenfalls ist ja auch irgendwie in so einer höhle reingehen da als irgendwie ganz viele kristalle konnte sie am anfang deinen lichtschwert zusammenbauen und sowieso ja normal nicht den ganzen planeten durch habe ich so gefühl aber wenn dann würde ich schon gerne ja gucken nein weiter knopf ja so bin ich da schon durchgegangen gerne ja da kommt man nämlich da hoch ja es ist nach oben ja 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 ich gehe mal da ein falls ich da auch kann du kannst soweit nach hinten schwingen er war ja nein nein ja da kann ich nicht so hoch irgendwie ja da kann ich hoch klettern aber ja finde ich jetzt auch noch hier war doch irgendwie so einer noch eine der muss ich doch irgendwie doch wahrscheinlich nicht aber ich traue dem spiel dazu irgendwie solche hat haben sie aber absichtlich gemacht damit hätte ich daran kommst ne ich glaube nicht dass man da muss doch auch noch was irgendwie so aussitzt könnte ich da oben bin ja wie komme ich denn da hin kann ich mit dem ding irgendwas machen dann habe ich auch sagen lassen kann doch bestimmt irgendwie dahinten pass auf aber nicht von ihr also doch voraus dass es weiter oben hat jetzt hier nicht mehr so lange da rum hängen und ehrlich bin ja da haben wir auch noch so ein christian muss ich den an die anleuchten weil da damit habe ich doch da unten frei gemacht noch mal heraus überhaupt da bin ich von daraus gekommen ich glaube ich bin von daraus gekommen oder okay muss ich aufs winen suchen also ich kann von hier ist jetzt irgendwo hin sehe aber nicht so aus okay ich kann das ding nicht und wenn er darbringen dann gehen wir weiter sehe ich war nicht kurz hier noch mal was dann ja gucken wir mal ist aber auch wird weiter also jetzt nicht schon wieder wo ich was verpasst habe ich meine ich habe doch jeden steine umgeräte war ja mal schauen vielleicht kommt dann auch was aber ich habe keine drohe mehr oder irgendwie so hat es also hat keine ahnung da bin ich überhaupt richtig mittlerweile nicht 13 minuten irgendwie nix erreicht schon mal sehr gut so hier lang ja jetzt ist scannen genau der richtige zeitpunkt für der boden gibt unter mir schon fast nach oben das war zum scannen ein kleines beben alles in ordnung irgendwie nicht da bringt es doch noch hier alle umkehr hoffentlich hält das alter zwei geheimnisse und zwei drohen haben wir noch viel tun gerade gesehen doch gar nicht okay lichtschwert okay ja nicht schwer komponente jetzt ganz vergessen oder ist eine rutsche ich habe es gedacht irgendwie weiß ich da bei wasser oder so stärker beeilung da sehe ich was glitzer funkeln ist aber ist ja einfach so ein loch schon wieder verdächtig so muss ich glaube da da meine ich irgendwo gerade hier ich bin habe ich das schon erwähnt 84 prozent bin ich schon soweit von männer kann ich eigentlich gar nicht mehr sein ich nehme an das ist jetzt sowas und nicht ich nehme an das ist jetzt so der vorletzte planet würde ich jetzt mal raten überall geister geht es nicht ich nehme an das ist der letzte planet danach kommt weil sie nicht so ein letzter wir haben die uns gefunden showdown planet ich werde ich war macht verbraucher und jetzt wüsste das spiel ja du bist jetzt aufgeschmissen wir haben ein problem in den höhlen sind sucht wo eben die kann dass da kein trecker verpasst haben aber trailer hat schließlich auch sein punkt und ich durchsuchen die menschen ich komme es mal dass mich raten tut ihr uns irgendwie verraten oder so am ende verrät doch die verrät uns doch am ende jetzt schon kommen wird das schon die ganzen zeit irgendwie so einen krassen blick drauf wenn er hat irgendwie schon so anspricht so haben wir uns einen schwecker verpasst man kann dagegen ich habe keine ahnung ich kann nur von hier nach den kaputt machen so ich sehe es ein licht er musste ich so rein na längst mal du gehst schon wieder den falschen weg nein dass die kamera bitte er kam von da ja ich weiß ist ja oder sind irgendwie ja das so gut gemacht hier war noch irgendwo ein weg ob hier hier war ich gerade von da kam ich du kommst von da nein auch nicht hier war hallo ich weiß auch nicht wann ich erwarte ich brauche die geheimnisse aber 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 so war jetzt die jahre da man sieht nach massive jump in run action aus plattform ja warum springst du denn auch von da ab so okay so alles klar dann geht er mal entweder macht oder leben nein so hast du ihn zuletzt was da oben der wohnung hat das ist ja schon fett oder so geht doch gar nicht hatte klar geht hat dann müsste er noch junge knackig sein eigentlich er war ja eigentlich noch junge zu der zeit mich 20 anfang 30 würde ich jetzt mal sagen dann haben wir den links war um mich jetzt deine herr aus zehn oder irgendwie so hat ein clown was ja ziemlich gesagt nicht so ganz jetzt noch mal die kamera so schwenken nein okay dann gehe ich mal hier so wasser warte mach ich doch schon mit lichtschwert kaputt naja und sich hat mein worauf ist hat und worin so gut das habe ich eigentlich relativ was habe ich eigentlich so verpasst ja auf datum ja nicht viel ne glaube ich jetzt nicht wasser 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 jetzt bin ich exhalts wasser gegangen ich kann nicht erst ins wasser und damit heraus die kälte gehen weißt du wie kalt da ist dass das schlimmer als nassen socken also h ganz genau haben wir schon wieder in ordnung verpasst da jetzt bist du irgendwie weil sie mich diese zweite schwester noch mal auftauchen schwer wie auch immer wir die von jetzt an nennen und dann die band klatschen aber du hast kein lichtschwert wo wir haben doch eigentlich schwer die serie seit und zu einzeln geben noch mal nicht hallo hierdurch das spüre ich wir sind fast draußen ich verspreche weil man da draußen draußen ist noch kälter kälter rechts da drin ja voll klimatisiert weiß ja nicht selbst als sie jemals noch hier waren schweine kalter gewesen sein man sich von so jungen padawan erwarten komm bloß nicht näher ja 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 okay ja 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 ich trinke also ich dachte irgendwie wird jetzt so eine katze oder so weil sie dunkel war ich kann nicht schwer schwimmen ich kann ohne bd nicht schwimmen ach jetzt kommt eine katze der wasser da ist das in wirklichkeit niemand im Moment ja ja das in wirklichen jungen aber ja 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 komm 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Verdammt. Nein, 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 nein. Es ist vorbei. Wir sind gescheitert. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Es ist so weit. Wir sehen uns vielleicht zum letzten Mal. Ich spüre den Untergang des Ordens der Jedi nahen. Nein. Scheitern ist nicht das Ende. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Wie du, BD1. Du wirst jemanden finden, der ebenso mutig ist und hartnäckig wie du selbst. Und du wirst ihm helfen. Genauso wie mir. Aber dein Speicher wird komplett gelöscht sein. Bist du sicher, dass du das willst? Leite komplette Speicherverschlüsselung ein. Nur durch eine Vertrauensverbindung wird dein Speicher wieder hergestellt. Ich glaube an dich. Das habe ich immer. Und ich glaube an den, den du auswählst, mich zu ersetzen. Leib ruhig. Alter Freund. Das war echt. meine Erinnerung riskiert. Ja, ich glaube auch an dich, Kumpel. Du hast recht. Noch gibt's eine Chance. Es gibt immer eine Chance. Und da will ich nur ein einziges Kristall auf diesem kleinen Gehmerloh. Wenn ich dann nehme etwas O-Kleber, dann geht das schon. Mein Gott. Die ganzen Druide wieder zusammenbasteln mit deinen Geräten. Dann haben wir das Ding geschaffen. Das ist alle. Komm, nee. Bedenke, Paderwan. Du wählst deinen Kristall nicht. Er wählt dich. Nicht bei Leiden grünen Schwerdkristall. Äh. Was ist das? Ja. Oh, Lila. Rot. Was hat weiß? Ich nehme das hier. Was wird sie gemacht? Ich wollte schon sagen, kannst du nicht. Aber ein bisschen herum experimentieren. Ich habe noch etwas. da macht sie ein doppelgeschwerte na ja schön teils nicht schwer hat und veränder macht angefahren zu ermöglichen zivilisierten tagen da kann ich aber nicht auf kommando irgendwie ich kann aber nur so einen anruf machen als gar ja okay ja kommen wir mal blau grün violett orange gelb seien magenta in die pinkes licht schwert und mal ein bisschen mit jolette nein ich war noch nicht rein doch mal wie ist es noch am rest des planeten hier mit darum wenn er wohl noch auf der zeit haben unser schwertchen anzupassen sollte alle dinger merkt stade und heißt wir können uns jetzt unser ultimatives dinge herstellen ich meine der thema von luke sind wahrscheinlich als anspielungen irgendwie bestimmte sachen nehme ich jetzt mal an bestimmte schwerter naja ich war natürlich nicht auswendig ja mal reinschreiben wie er aussieht und für eine farbe das hat schon so ja ich kann die andere seite jetzt auch da konnte ich schon immer zu beiden seiten gleich sein hallo muss aber ich vor hatte ich hatte so ein weißes irgendwie hat hier aber ich weiß es noch hier werden wir auf diesem planeten sind mit ledernis herum oder violette ist entschuldigung so kommen wir auch nicht den rest des planetens hier noch kunden ist noch irgendein geheimnis das hat wieder mein lichtschwert jetzt fühle ich mich nicht mehr so nackt was diese wasserquelle von der ich rauskam da war ja nichts mehr so wir haben zwar schon 36 minuten aber ich mache jetzt versuche jetzt längere fähigkeiten fähigkeiten oder nee weil ich mir gesagt ich mache länger part weil ich ja irgendwann mit dem spiel fertig sein will was dann weiß ich nicht wie ich heute nur aufnehmen das ist gut für jemanden der irgendwie die ganze blocken gedruckt hält für macht angriff mit geteilt schwert aus erfordert macht jetzt sagst du mir erst mal wie geht es übrigens schon lange immer erkämpft also naja wohnen alter kommen wir viele das ist doch mal ich gehe gerade voll ab merkt ich brauche hilfe hat so gut irgendwie nicht bis durch abgelehnt sein nicht so beautiful wir haben uns nie verfolgt aber krass gerade wenn man hat so vergleich mit dem anfang gespielt sind da wo ich die ganze auf der fresse bekommen hat ne ich habe gesagt wäre noch ein bisschen so weit mit mit der angriffskraft meines licht schwer zu tun oder immer präzise nein hallo 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 gehen wir auf mich los ja gott nein ich werde schon viel besser als anfang gespielt jetzt den gesehen er soll mir helfen weg ich war von dem verfügeln aua nein ich kaputt machen ja lieber kaputt wegen erfangen und und solle ok 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 man kann die kristalle kam ansehen nachdem was wir durchgemacht haben kannst du das ding hacken wir müssen hier weg sie nehmen immer ein alles genau wurde entdeckt und das ist nicht alles die baum kalmer kristaller ich bin schon wieder ein geheimnis wie geht denn das wo ich denn hier ein geheimnis verpasst hey so nur dieses eine gebiet gibt es selbst nicht dazu ok aber ich komme zurück zu händen dingen ok boah sagt mir doch mal einer da ist wieder anhalten wenn das speichert bewege mich zu schnell sich schwer ich kann jetzt ein gewege aufmachen da konnte ich vor erlaub ich nicht mehr das andere kompensation aber ich muss euch mal kurz über springen ich will mindestens noch irgendwie weil nicht das eine geheimnis finden und dann kann man im partner in so zwei sachen kann ich mir holen glaube ich nicht der gegner gruppe gar nicht in kels richtung zieht wo ist das hier in die trend in einem bereich um kerl ja so dass wahrscheinlich er hat sich das mal aus versehen mache dann natürlich wieder eine zeit herrisch einzusetzen uns wieder eine andere sache vielleicht ist noch ein geheimnis aber es aber auch ein speichert punkt da muss ich wahrscheinlich auch hinten weggehen von der karte jawohl ich muss da lang also ich meine da ist hat kein müssen ich hoffe es ich habe noch eingetroffen hier muss doch dann auch als die probleme waren damals ich bin als einziger übrig oh gott der waltfall ausweichen ich muss weil sie nicht kommen wo ich muss und irgendwo muss ich was du bist allein ob was ich nicht anvisiert habe oder was dreck in der combo auf der link gesehen der typ hat den einfach kalt gemacht so herunter war glaube ich nicht das spiel wieder abpicken sag ich mal auf drehen was weiß ich so da ich wette da ist das geheimnis bitte sagt da ist das geheimnis kann ich auch schön den part wenden unbedingt mein training beenden und jede ihre taffern mögliche einringling identifiziert ihre überlebenswahrscheinlichkeit ist gering sehr gering nein ich muss jetzt nicht da dabei gott der rede so kommen sind schon wieder so offizieller aussehe nur dadurch ja ich muss dadurch okay ok wer ist offiziellen weg mir das ein geheimnis gott gut dann nämlich wenn ich erstmal darauf und maximales leben oder den gefühlen jüngling aber meister das ist gleich so immer noch nicht als vielleicht wenn ich hier durch rennen ich will auch ein bisschen suchen und sage ich klicke jetzt die 100 wochen nur war das gibt es jetzt nicht die tempel da muss ich hin da muss ich ja wieder aufs green suchen habe ich sorge führer kam hier habe ich nun da schon wieder was auch so da muss ich wie keine ahnung ich werde dann wieder hier ein bisschen suchen habe ich sorge für sich das letzte dinge finde und ja dann sehen wir uns wieder wenn ich das gefunden habe und dann können wir weiter gehen also ich danke schön fürs zuschauen ich freue mich hat aber wenn ja das noch wieder ein like ein abo oder ein kommentar gibt ein bisschen feedback über neue mikrofonen und ja sage ich danke schön fürs zuschauen und tschüss das gibt ja mas ja Untertitelung des ZDF, 2020